ein herzlich willkommen bei Egorus schön dass du eingeschalten hast ich habe noch ein bisschen mal den 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 ach warte ein Moment kurz hab ich den Sack jetzt voll gemacht ich wollte gerade ähm wie kann ich das so benötete kraftstoffe ist das für Eis ok da muss ich so ein Eis hey das verstehe ich nicht ich hab da Wasser drin ok gut ich habe jetzt noch mal in den Deckbaum reingeschaut und da hier sehen einfache Reizsatte ok was kann ich da reiten was kann ich da oder wie wie bekomme ich das Reittier oder was kann ich reiten was für was für Tier und hier äh Büffe also kann ich mir Garn bauen und dann äh mir Büffe davor schneiden oder so ja oder nirg eine Wage nirg eine Wage äh Büffe er Transportierkapazität erhält äh ok ja aber puh aha ok da steht ja Zement mannbank Zement mannbank Zement mannbank äh ok wo ist das das Textilbank wie kann ich den bauen wie kann ich den bauen muss ich Textil freischalten dann ihr freischalten ok aber da muss doch irgendwie doch so Büffe ähm doch bedäuben oder so wie bei ARK oder Haltungsbank ja weil ich den hier hab äh da ist Fleisch doch besser ah das werden wir schon rausfinden aber das würde mich jetzt interessieren ich würde gerne jetzt mal sagen äh so Tier Zem aber wo krieg ich denn Büffe her ich hab da jetzt noch keine gesehen oder doch doch irgendwie laufen die doch rum weil ich mal was essen äh essen so äh was ist das Kakao ich geh nochmal in Deckbaum ein Technikbaum meinte ich äh was ja da krieg ich vielleicht mehr Zeug und mehr krieg ich mehr Ressourcen da bin ich jetzt so Erhaltungsbank was könnte ich jetzt also als nächstes freischalten was wäre sinnvoll das ist auch so so Ding ich will jetzt äh sagen wir mehr da kann ich das anbauen oder wo ich anbauen Gift das ist ich würde jetzt ganz so sinnvoll das Zeug erstmal was ich jetzt brauch irgendwie und wo finde ich ja den Zementdings da als wirklich jetzt nix ja das ist ach so bin ich jetzt schon weit als hier ist nur Standard und wo ist das kleine Holzkiste für den Bereich und hier kann ich ja schon in Röme und hier ist das Stein schon die Steine sind ab Rang 3 glaube ich oder ach das 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 würde mich jetzt echt interessieren irgendwie wie kann ich jetzt hier die Tiere zähmen da muss ich erstmal ein Futter und Wasser freischalten und das ist es sinnvoll jetzt schon zu machen oder ich weiß es nicht oder muss ich erstmal Kräuterbank und dann mir die Gifte ich Tierfett Fragen über Fragen eine Trophäenbank bauen wir bestimmt nicht das ist erstmal sinnloses Deko würde ich in meinen Augen sagen Sogarheilofen Mahlzeit ja vielleicht ich weiß es nicht und ja die letzte Folge meine letzte Folge das Cover ja mein Haus brennt das war also nach der Aufnahme und die Facke die war hier an der Wand und das hat die ganze Butter die brennt krass jetzt muss ich erstmal kurz hier reintun was haben wir ja das kann man ja fallen lassen oder ich weiß es nicht ach das geht bestimmt weg wie kann ich mit Tee kochen mit was Frage über Fragen ich will auch jetzt die ganze Zeit hier in den Technikbaum rumreiern ohne von den Spielen nichts zeigen oder wie ich mich jetzt hier so ich könnte nur so jetzt einen größeren Rucksack machen oder soll ich mir erstmal so ich könnte nur noch Knochenmesser bauen heilige Knochenmesser das war doch hier bestimmt irgendwo oder ja und wir auch erstmal freischalten ich bin so kalt sich mit den Punkten ich würde es ganz so sinnvoll machen so ich würde mal sagen wir gehen auf die Jagd ich gucke mal auf die Map wo waren wir noch nicht und hier geht es zum Eis da könnten wir doch vielleicht das Eis holen wir könnten vielleicht mal hier hochlaufen da hoch Richtung Westen oder wir Richtung Norden hier ist mein Haus genau wir könnten mal Richtung Norden laufen und ich brauche eh Sauerstoff aufstecken wir mal oder ja ah shit Wahnsinn ich bin wir tun was haben wir gehen das tun was man sieht ausdauer bitte Achso, ja, genau. Ich es vergesse. Schönen Gruß an Chrissi. Danke, dass mein Video geguckt hast und mich abonniert hast. Vielen herzlichen Dank. Das, was zu essen. Ich wollte gerade mal nach Norden laufen. Wie spät haben wir es? Ja, das passt schon. Aber ich würde gerne was rausschmeißen. Ja, Steine. Obwohl, warte mal. Ich könnte das mal reparieren. Den kommen wir auch. Ne, da fehlt es Holz. Aber wir haben nur zwei Pfeile. Oh, oh, oh. Gut, dann hacken wir schneller mal Holz. Dann haben wir eine gute Axt. Dann haben wir noch mal Steine zusammen. Oh, willst du hin? Körpers. Dann laufen wir mal richtig weg und dann können wir mal schauen, wo wir gleich das Pfeil finden. Und hier kommen wir die... Das würde mich echt interessieren. Ob ich das weiß, wie das funktioniert. Das ist auch... Sagen wir schon mal, hier einfach. Da sind wir doch flot... Mal mit... Flotter unterwegs, wollte ich es mal sagen. Aber wie kommt jetzt kein Bär? Ich brauche... Achso, ich muss eine Pfeile herstellen. Warte mal. Pfeile. Maximal... Oh, vier. Was fehlt... Noch mal zurück. Was fehlt mir? Achso, Steine. Ach, ich brauche Stöcker und nicht Holz. Kann ich die um... Ne. Na... Warte mal. Das Oxid, das tun wir hier rein. Oh, ich habe aber unser Zeug noch hier drin. Stöcker. Nur Farben. Jetzt müssen wir hier sammeln. Und dann haben wir noch ein bisschen... Äh... Steine. Dass wir... Stöcker... Äh... Pfeile herstellen. Kann. Das Oxid. Hm... Die drei. Maximal 28. Das ist auch nix, ja. 28. Was fehlt mir? Fasern. Und wo wir ein bisschen... Stein... Und irgendwo noch ein paar Fasern. Und... Ach, das ist so schön, dass wir jetzt ein Eisenwerkzeichen haben, dass... Sagen wir uns das flotter geht. Das finde ich sehr schön. So, Stein habe ich. Ist okay. Einmal Stöcker noch sammeln. Stöcker und Fasern. Stöcker. Bitte. Danke. Hallo. Kommt dich reiten, Hirsch? Nee, Reh ist das. Oder gibt's da Pferde? 21. Das müsste reichen, oder? Ich guck mal noch. Was ist das? Fasern? Fasern? Oder sind das Stöcker? Was heißt für Stöcker? Jo. Alles klar. Dann gehen wir... Was hab ich gesagt? Rechen im Norden. Oder? Ja. Nehmen wir mal meinen Bogen da raus. Da finden wir noch eine Höhle nebenbei. Oh, Wasser unter Wasser. Das Weizen. Das kann man alias... Na? Camps? Na... Oh, das hast du mir deinen Kopf gemacht. Oh, ist auch schön. Zwei mehr. Oh, das wär auch schön. Zum Bauen so. Noppen. Zügt die Noppen. Da. Sind doch richtig. Bin echt gespannt, wo wir die Büffe jetzt finden. Ich könnte es höchstens cool, genau. Aber irgendwie... Wow. Muss nicht, oder? Muss nicht, oder? Aber... So, Tipp. Dann kommen da. So, tipp. So, tipp. So, tipp. Tipp. Dies mal schon. Das haben wir noch doch ein bisschen nochmal erkannt. Was bist du? Karotte. wir haben mitbekommen dass man ja zu lange unter wasser werden wir haben ja den helm auf herr c fc drücken zum auf der und damit den helm auf aber wegen sauerstoffen das alles auch wenn es zu lange unter wasser ist wird es sehr schwindelig ich weiß nicht warum ich drücke immer auf tab das was einfach ist es ist auch scheiße ich muss wegschmeißen ja mein bogen aber wo ist er denn also das 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 ich 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 wasser es gibt es gibt ich kann bis es geht ja noch weiter was ganz schöne stückchen was ist das? ach, da sind die Höhenunterschiede bestimmt was ist das? du? nix oder? was ist das? ach genau, Schaufel, was braucht man die Schaufel? was kommt man da abbauen? was ist die Schaufel? nehmt man den Bogen lieber raus was ist das? 50 Kilometer habe ich schon mal überstellt naja ich glaube nicht das wird die Prüfels hier in den Biom sind Kakao ich glaube sie hat so lange kein Tier mehr gesehen ich glaube sie sind mit Klaufen, ich komme jetzt noch mal Enter warm alles das heißt es ist wirklich Dich dann ist es gar nicht einfach noch das ist nichts das ist nichts es geht nicht Oder war das auf der anderen Seite? Also, ich kann mich hier jetzt dunkel erinnern. Da bin ich bestimmt so bedäubungsfrei. Ich hab das ja auch. Ja, ja, ja. Wir sind ja am Ende. Ja, das mit dem Sprint und so. Ja, sind wir. Oder sind wir am Ende? Ich glaub nicht, dass hier Pferde gibt. Da kommen wir ein paar Pferde mit. Wenn wir ein paar Punkte haben. 17. Ach komm, wir essen was. Lönchen wegen Wasser. Kann man das so essen? Nee. Also, ich möchte doch irgendwie... Bei Kakao, denk ich mal, da brauchen wir bestimmt den Mörser hier. Denk ich mal. Oh, hier ein riesen See. So cool. Aber wir sind am Ende. Okay. Okay. Da ist bestimmt zum einen Map. Ach, da geht's bestimmt noch weiter hier, oder? Gehen wir mal hier lang. Okay. Also, wenn jetzt hier Pferde ist, ich flitzer. Ich hab's noch gesagt, oder? Ah, nee, das ist ein Kugetier. Okay. Äh, lass mich mal in Ruhe. Bitte. Wo bist du? Ich hab's mir erwischt. Dann geht's mir sowas. Oh, da kann ich so Giftpfeile für das Vieh nehmen. Oh, da kann ich so Giftpfeile für das Vieh nehmen. Boah, wie sieht man jetzt so aus? Bist du dort? Boah, endlich. Boah, was hab ich kein Messer? Wo ist mein Messer hin? Hab ich das weggeschmissen? Ach, echt jetzt? Boah, Messer, Messer, Messer. Nee, das Wurfmesser. Da oben. Wie krieg ich meine 35.000 Pfeile wieder? Sieben. Boah, echt. Wenn wir einen Schluck Kaffee nehmen, bei trinken. Was haben wir jetzt? Was kann ich jetzt hier rausschmallen? Kaffee. Ja, Holz. Das müssen wir mal raus hier. Rauss mal. Äh, fallen lassen. Steine fallen. Lassen wir auch mal fallen. Soja. Ah, da können wir den so. 30% Gesundheit. Cool. Okay. Heißt schon doch Knochen... Knochenpfeile machen sollen. Da, guck einer an. Püffel. Okay. Wie krieg ich dich? Kann ich hingehen und streichen? Oder muss ich dich füttern? Püffel, 40. Hallo? Püffel, hallo? Na? Warte mal kurz. Ich muss jetzt... schönes Foto machen. Na? Ach hör doch mal. Wie geht das? Wie kann ich... Wie kann ich euch zähmen? Was bist du für ein... Ach, Wolf. Äh, ne. Scheiße. Shit. Oh, ich hab schon getötet. Okay. Okay. Das ging auch flott. Ich wollte ja Foto machen. Komm her. Warte mal. Warte mal. Mit Dastinon können wir das... ausstellen. Nehmen wir alles mit. Was frest ihr? Was kann ich dir anbieten? Sag mir, was hab ich jetzt im... in... im Winter? Wilder Tee? Getränke? Pflanzenfasern vielleicht? Ich drücke mal. Mit zusammen. Shit. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wo die Büffett sind. Die sind am See. Oh, lass mich doch ein roter Kugel hier. Oh. Vielleicht kann ich die beschützen. Ach, ne. Komm, wir lassen's. Okay, wissen wir. Jetzt muss ich noch wissen, wie ich... Oh, shit. Na. Perfekt. Perfekt. Ähm. Weißt du, wie ich weg? Tu mir, fucker, weg. Oh, shit. Oh, shit. Na. Bringt das was? Ne. Nummer eins. Kann man aufhören, oder? Konsumieren? Ah, ne! Ach, shit! Ich wollte es gar nicht konsumen. da wird es nicht ok na gut dann laufen wir zurück dann wissen wir wo die Püffel sind hinten an der Ecke hier am See aber dann frage ich mich wie ich die und soja da kommt es doch irgendwie da kommen doch mal Punkte oder? ja Püffel oh achso du hast Abger großer Hirsch oder kommen wir gerne Hirsch ich denke mal ich werde bestimmt jetzt mal aufleveln noch ein bisschen oh es ruckert hallo jetzt laufen wir mal hier lang bis ich muss auch mal hier Silizium kommst du da hoch? Nein ok Oxid ne wir mal ein bisschen Oxid mit komm hier wird es 30 Punkte aufbauen keine Ausdauer oh ich muss noch was braten komm hier ah jetzt muss ich drum herum laufen prima ja na schöne Gegend warte mal ich guck nochmal auf die Map hier ist doch wir eh einmal hier sind da können wir mal ins kalte mal reingucken oh shit doch soweit ja man braucht ja Eis für den Wasserspender hier Treibstoff auch ich weiß nicht für was ist es für Sauerstoff oder ja und wie jetzt rechten ja komm wir laden mal da lang wie ärmer unterwegs sind ich hoffe das die Folge ist ja nicht so aufregend aber man muss es da auch mal sehen wo was ist wollte ich mal sagen immer jugendlich in Leichtsinn oh weg also Bär oder ich trau mich nicht nach hinten zu gucken ja Bär Bär und ich habe kein Ausdauer oh shit weg 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 ich habe keine Ausdauer und lass mich doch in Ruudu Kuu oh nein die 8 ins Wasser ins Wasser das hilft doch gegen Bienen weg wird es streichen erste mal aber das auch noch ich habe es keine Lust mehr zu kämpfen das nicht nur in Ruhe sich mit mir hinstellen mich ausruhen und das zu fünf passt das K 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 ich weiß wo die Prozent die Pfeffer zu und ich weiß wo der Pär ist ich brauchst der Krupp und hier um den bisschen aufgedeckt ich habe es natürlich fallen bis jetzt ich möchte bis zu heiß holen die gibt es einen anderen Weg und danke fürs Zuschauen sagt der Zückli und Tschüssi